Morgens, wenn ich noch im Bett liege, kommen mir in einer einzigen Stunde oft so viele Gedanken, dass ich den ganzen Vormittag, ja manchmal sogar den ganzen Tag damit zubringe, sie aufzuschreiben. Wem schon morgens so viele Gedanken in den Sinn kommen, der hat einen lebhaften Geist. Und so war er auch ein besonders umtriebiger Vertreter seiner Zunft, der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz. Gedanken hervorzubringen ist, wie Leibniz oft betont, eine lustvolle Tätigkeit. Und sie erfolgt aus eigenem Antrieb. Heißt das, die Gedanken entstehen in einem inneren, von der Außenwelt abgeschlossenen Kosmos? Meint Leibniz das, wenn er sagt, der Geist habe keine Fenster? Nein, nach ihm befindet sich der selbsttätige Geist in vollkommener Harmonie mit seiner Umgebung. Es ist tatsächlich so, dass Gott die Seele oder jede andere Einheit so geschaffen hat, dass alles in ihr aus ihrem eigenen Grunde entsteht. Und doch in vollkommener Übereinstimmung mit den Dingen außer ihr. In vollkommener Übereinstimmung mit der Außenwelt befindet sich auch ein Spiegel. Er gibt seine Umgebung getreu wieder. Doch dabei dringt nichts von außen in ihn ein. Ein Spiegel hat in diesem Sinn keine Fenster. Ebenso wenig wie der Geist, den Leibniz als lebendigen Spiegel bezeichnet. Denn er ist von sich aus bestrebt, sich zu entfalten. Und das in Harmonie mit seiner Umgebung. Ja, sogar in Harmonie mit dem ganzen Kosmos. Weil nach Leibniz alles mit allem verbunden ist. Ist das mehr als nur visionär-spekulatives Gedankenspiel? Geboren in der Mitte des 17. Jahrhunderts, am 1. Juli 1646, gehört Leibniz in eine Zeit, in der die Erkundung der Natur im Aufschwung ist. Teleskop und Mikroskop treiben die Entzifferung der Welt im Großen wie im Kleinen voran. Galileo Galilei hatte Anfang des Jahrhunderts durch seine Beobachtungen die sonnenzentrierte Kosmologie bestätigt. Und war damit in die Fänge der päpstlichen Inquisition geraten. Die Philosophen dieser Zeit hätten mit Galilei kein Problem gehabt. Wichtig ist doch, dass die Welt vernünftig, rational eingerichtet ist. Und genau das wird durch Galileis Beobachtungen bestätigt. Weil diese Philosophen, namentlich Descartes, Binosa und Leibniz, die Vernunft, die Ratio so ins Zentrum stellen, wird das 17. Jahrhundert auch als Zeit des Rationalismus bezeichnet. Erklären diese Denker also die Welt allein aus der Vernunft? Versteht man die Welt nicht erst, wenn man auch Beobachtungen anstellt? Das würden sie nie bestreiten. Auch Galilei hat ja Beobachtungen gemacht, die das Verständnis vertieft haben. Aber wir müssen das, was wir beobachten, also empirisch in Erfahrung bringen, auch erklären können. Was also ist der Unterschied zwischen einem Empiriker und einem Rationalisten? Erwartet man, dass morgen wieder ein Tag sein wird, weil es bisher immer so war, so handelt man als Empiriker. Allein der Astronom urteilt darüber vernunftgemäß. Denn der Astronom will den Zusammenhang der Einzelfälle verstehen. Ebenso versuchen Rationalisten durch ihre Philosophie das große Ganze zu verstehen. Sie beschränken sich nicht auf Einzelanalysen. Gesellschaftlich betrachtet befindet sich Europa in einer Zeit des Umbruchs. 1648, zwei Jahre nach Leibniz' Geburt, wurde durch den Westfälischen Frieden ein Krieg beendet, der 30 Jahre lang in Europa gewütet hatte. Ein Ereignis, das Leibniz auch im Nachhinein stark geprägt haben muss und ihn auch darin bestärkt haben mag, das Leben an der Universität zugunsten der Politik und Diplomatie zu verlassen. Die Leibniz-Forscherin Hide Ishiguro vergleicht ihn mit Spinoza. Beide Denker haben einen Lehrstuhl abgelehnt. Doch ihre Beweggründe waren ganz unterschiedlich. Spinoza hatte die Befürchtung, dadurch seine geistige Unabhängigkeit zu verlieren. Leibniz hingegen wollte sich eine Position erarbeiten, die es ihm erlauben würde, seine Ideale und Bestrebungen in die Praxis umzusetzen. Er glaubte, dass die Moralphilosophie das Allgemeinwohl nur befördern könne durch Einfluss auf die Legislative und die Politik. Er glaubte nicht, dass die intellektuelle Redlichkeit notwendigerweise kompromittiert würde durch das Innehaben einer öffentlichen Position. Und so wurde er Rechtsanwalt und Diplomat und strebte eine politische Karriere an. Eine seiner ersten diplomatischen Missionen führte ihn nach Frankreich, wo er Ludwig XIV. von seinen Angriffsplänen gegenüber Holland abbringen wollte. Wäre Ägypten nicht ein viel besseres Ziel? Ein strategischer Schlag gegen das damalige Osmanische Reich? Leibniz hatte mit diesem Vorschlag keinen Erfolg. Aber die Episode zeigt, wie sehr er darauf bedacht war, den Frieden innerhalb Europas zu wahren. Es folgten Jahre in Paris. Dort erfand er eine Rechenmaschine, mit der man nicht nur addieren und subtrahieren konnte. Das war bereits mit der Maschine des Philosophen Blaise Pascal möglich. Mit der Maschine von Leibniz konnte man auch dividieren und multiplizieren. Doch seine wichtigste Erfindung dieser Zeit war, zunächst angeleitet durch den Mathematiker Christian Huygens, die Infinitesimalrechnung. Kann man mit infinitesimalkleinen, also unendlich klein werdenden Größen, rechnen? Leibniz hat gezeigt, dass es dafür präzise Regeln gibt. Später würde er sich mit Newton um die wahre Urheberschaft streiten müssen. Schließlich begab er sich im Jahre 1676 in die Dienste von Herzog Johann von Braunschweig-Lüneburg nach Hannover, wo er dem Welfenhaus für den Rest seines Lebens verbunden bleiben sollte. Eine Geschichte dieses Herrscherhauses zu schreiben, das wurde eine lebenslange Beschäftigung für ihn, neben seinen zahllosen anderen Tätigkeiten. Knapp 20 Jahre nach Dienstantritt im Jahr 1695 schreibt Leibniz Es lässt sich nicht sagen, wie außerordentlich zerstreut ich bin. Ich suche Verschiedenes in den Archiven zu ermitteln, nehme alte Papiere vor Augen und suche ungedruckte Urkunden zusammen. Aus ihnen hoffe ich Licht für die braunschweigische Geschichte zu gewinnen. Briefe empfange und erwidre ich in großer Zahl. Ich habe aber zugleich so viel Neues in der Mathematik, so viele Gedanken in der Philosophie und die Kenntnis vieler anderer literarischer Neuigkeiten, welche ich nicht umkommen lassen möchte, dass ich oft nicht weiß, was ich zuerst tun soll. Die bekannteste Gesprächspartnerin des nun 50-jährigen Leibniz ist die gut 20 Jahre jüngere Herzogin Sophie Charlotte, die sich als seine Schülerin bezeichnet. 1701 wird sie die erste Königin von Preußen. Schon vorher befürwortet sie die Gründung einer Berliner Akademie der Wissenschaften und wirkt maßgeblich daran mit, dass Leibniz am 12. Juli 1700 ihr erster Präsident wird. Ein gemeinsamer Treffpunkt der beiden im Jahr 1702 war Schloss Lützenburg, das spätere Charlottenburg. Die Königin bittet Leibniz eindringlich, aus Hannover anzureisen. Ich sende Ihnen diese Zeilen und hoffe, dass Sie bereits auf dem Sprunge sind abzureisen. Ich erwarte Sie mit Ungeduld in Lützenburg, wohin ich zu Ostern gehe. Was Sie zu kommen zwingt, ist ein Werk der Nächstenliebe. Die Pöllniz hat sich ein Buch gekauft, aus dem man Mathematik lernen kann, welche sie gern studieren will. Die Begriffe und ihre Bedeutung sind aber so schwierig, dass sie ganz schwindelig werden wird, wenn Sie ihr nicht zu Hilfe kommen. Henriette Charlotte von Pöllniz war die erste Staatsdame am Königlichen Hof und engste Vertraute der Königin. Auch sie bittet Leibniz, bald zu kommen. Denn die Königin hat hier keine lebende Seele, mit der sie Gespräche führen kann. Doch diese ihm so gewogene Gesprächspartnerin wird Leibniz bald verlieren. Die Königin stirbt am 1. Februar 1705 an einer Lungenentzündung, kurz nach ihrer Ankunft in Hannover, wo sie Karneval feiern wollte. Leibniz ist in Berlin, als ihn die erschütternde Nachricht erreicht. Für ihn, der selbst nie geheiratet hat, war sie die wahrscheinlich wichtigste Bezugsperson in seinem Leben. An Fräulein von Pöllniz schreibt er noch am gleichen Tag Ich weine nicht, ich beklage mich nicht, aber ich weiß nicht, woran ich bin. Der Verlust der Königin erscheint mir wie ein Traum, aber wenn ich aus meiner Betäubung erwache, finde ich ihn nur zu wahr. Einen Monat später schreibt er an einen Bekannten Obgleich die Vernunft mir sagt, dass Klagen vergeblich sind und dass man das Andenken der Königin von Preußen ehren soll, anstatt es zu beklagen, führt mir meine Einbildungskraft immer wieder diese Fürstin mit ihren Tugenden vor Augen und sagt mir, dass sie uns entrissen ist und dass ich eine der größten Freuden der Welt, die ich mir nach menschlichem Ermessen für mein ganzes Leben versprechen konnte, verloren habe. Doch auch dieser große Verlust kann letztlich seinen Glauben an die gute Fügung und die allem zugrunde liegende Harmonie nicht erschüttern. Die allem zugrunde liegende Harmonie, sie spiegelt sich, wie es eingangs angedeutet wurde, im Geist wieder. Vertiefen wir den Gedanken der Harmonie und folgen Leibniz zunächst in dem, was er über den Geist sagt. Jeder Geist ist nach Leibniz bestimmt durch aufeinanderfolgende Zustände des Gewahrseins. Leibniz nennt dies Perzeptionen. Die Zustände sind verbunden durch das Bestreben, von einem Zustand zum nächsten zu gelangen. Leibniz nennt dies den Appetitus. Es ist, wie wenn man durch eine Ausstellung wandert. Man steht vor einem Bild, hält inne, betrachtet es und geht dann weiter zum nächsten Bild. So auch unser inneres Erleben. Es gibt den Zustand des Gewahrseins, der dem Innehalten entspricht, und die Bestrebung hin zum nächsten Zustand. Gewahrsein meint allerdings nicht, dass uns in einem Moment alles bewusst ist. Vielmehr gibt es nach Leibniz viele unmerkliche Regungen, derer wir uns nicht bewusst sind und zum größten Teil auch nie bewusst werden. Um die unmerklichen Regungen zu veranschaulichen, benutzt Leibniz gern das Beispiel vom Rauschen und Brausen des Meeres. Hervorgebracht wird es durch viele einzelne Wellen. Doch diese vereinzelten Wellen kann man nicht heraushören. Gibt es sie überhaupt? Ja, denn... Von jedem Einzelgeräusch, so gering es auch sein mag, müssen wir doch irgendeine Perzeption haben, sonst hätte man auch von hunderttausend Wellen keine, da hunderttausend Nichtse zusammen auch kein Etwas ergeben könnten. So unmerklich die Regungen auch sind, es gibt sie. Wenn sie gar nicht wären, könnten sie im Gesamteindruck auch nicht zum Rauschen führen, so wie wir es erleben. Ein perzeptiver Zustand, der Gesamteindruck in einem bestimmten Moment, ist also charakterisiert durch eine Vielzahl von Regungen. Einige davon sind stark genug, um bewusst erlebt zu werden. Die meisten hingegen sind sehr schwach, sie sind nicht bewusst erlebbar. Wenn man nun von einem Zustand in den nächsten übergeht, passiert dieser Übergang kontinuierlich. Jeder gegenwärtige Zustand einer einfachen Substanz ist von Natur aus eine Folge seines vorhergehenden Zustands. Dabei werden einige Regungen stärker und dadurch spürbar, einige nehmen an Stärke ab und sinken wieder unter das merkbare Niveau. Viele bleiben unbemerkt. Wird eine Regung spürbar, redet Leibniz von Entfaltung. Die schwache Regung ist zunächst eingefaltet, indem sie sich entfaltet, wird sie bewusst. Die Regungen entfalten sich, weil der Geist von selbst bestrebt ist, sich zu entfalten. Dieses selbsttätige Prinzip bewirkt, dass einem Gedanken in den Sinn kommen. Leibniz hält das, was ihm morgens in den Sinn kommt, fest. Er kann die Gedanken dann weiter ganz bewusst entfalten, sie werden differenzierter und klarer. Worin sich die Individuen nun unterscheiden, das ist der Grad der Klarheit, mit der sie die Welt erleben. Tiere haben nach Leibniz, und darin ist er seiner Zeit voraus, ein inneres Erleben. Sie können sich zum Beispiel an etwas erinnern. Wurde ein Hund einmal verprügelt und man zeigt ihm einen Stock, läuft er jaulend davon, so ein Beispiel von Leibniz. Auch das Erleben der Tiere drängt zur Entfaltung, aber sie können keine Symbole verwenden. Ein Papagei bringt Lautfolgen hervor, die wie Worte klingen, aber er kann keine eigenen Gedanken äußern. Genau das kann der Mensch, und dadurch erreicht er ein differenzierteres Verständnis der Welt, in der er lebt. Doch auch wenn Tiere dieses Vermögen nicht haben, erleben sie die Welt von ihrem je eigenen Standpunkt. Und dabei sind alle Standpunkte verbunden in wechselseitiger Harmonie. Allerdings kann nicht einmal ein Mensch das bewusst erleben, weil die meisten Regungen zu schwach sind. Aber könnten wir unseren inneren Kosmos bis in die weitesten Tiefen ergründen, würde sich, wenn man Leibniz und seinem Gedanken der Allverbundenheit folgt, in diesem lebendigen Spiegel der ganze äußere Kosmos wiederfinden. Als wäre ein Individuum ein Universum für sich. Doch genau genommen sind es unterschiedliche Perspektiven ein und derselben Welt. Wie ein und dieselbe Stadt von verschiedenen Seiten betrachtet ganz anders betrachtet und gleichsam perspektivisch vervielfacht erscheint, so kommt es auch, dass es infolge der unendlichen Vielheit der einfachen Substanzen ebenso viele verschiedene Universen gibt, die dennoch nur die unterschiedlichen Perspektiven eines einzigen Universums gemäß den verschiedenen Gesichtspunkten sind. Jeder Gesichtspunkt spiegelt das Ganze wieder, weil er mit dem Ganzen harmonisch verbunden ist. Das mag ziemlich theoretisch anmuten, aber das Ergründen des harmonischen Wechselspiels hat ganz praktische Auswirkungen. Es erfüllt uns mit beständiger Freude, so widrig das Leben auch sein kann. Leibniz führt das genauer aus, wenn er sich der Frage nach dem Glück zuwendet. Das Streben nach Glück ist nach Leibniz der eigentliche Kern der Weisheit. Weisheit ist nichts anderes als die Wissenschaft der Glückseligkeit, so sie uns nämlich zur Glückseligkeit zu gelangen lehrt. Wie also gelangen wir zur Glückseligkeit? Um den Weg dahin beschreiten zu können, ist zunächst festzulegen, wohin der Weg überhaupt führen soll. Die Glückseligkeit ist der Stand einer beständigen Freude. Freude ist die Einnehmung des Gemüts mit angenehmen Gedanken. Das ist also wesentlich für die Glückseligkeit, eine beständige Gemütsverfassung. Aber erfahren wir das Leben nicht als fortwährendes Auf und Ab? Wie soll da eine beständige Freude möglich sein? Wer glückselig ist, empfindet zwar seine Freude nicht alle Augenblicke. Denn er ruhet bisweilen vom Nachdenken, wendet auch gemeiniglich seine Gedanken auf anständige Geschäfte. Es ist aber genug, dass er entstand ist, die Freude zu empfinden, so oft er daran denken will. Und dass inzwischen daraus eine Freudigkeit in seinem Tun und Wesen entsteht. Was ist es, woran wir so oft denken können, wie wir wollen, und was uns angenehm ist? Zunächst ist klar, dass uns all das angenehm ist, was in uns den Eindruck von etwas Harmonischem, Geordnetem hervorruft. Es ist auch bewiesen, dass alle Lustbarkeiten entweder in einer sichtbarlichen oder zwar verborgenen durch empfindlichen Ordnung bestehen. Was versteht Leibniz unter einer verborgenen Ordnung? Ein Ton breitet sich wellenförmig aus. Doch die Wellen, die sich geordnet ausbreiten, können wir nicht direkt sehen oder hören. Insofern ist diese Ordnung unseren Sinnen verborgen. Aber woher kommt die Ordnung? Leibniz führt sie auf eine vollkommene Quelle zurück oder, wie er auch sagt, auf das Werk Gottes. Durch die Ordnung, die wir begreifen, schimmert also ihr eigentlicher Ursprung durch. Daraus folgt, dass je mehr man die Schönheit und Ordnung der Werke Gottes verstehe, je mehr genieße man Lust und Freude. Und zwar solche dadurch man selbst erleuchteter und vollkommener wird und vermittels der gegenwärtigen Freude auch die zukünftige versichert, welches bei den Lustbarkeiten und Freuden, die unseren Verstand nicht erleuchten und vielleicht anderwärts schaden können, nicht stattfindet. Ist also allein die Freude, so sie der Vernunft entspringet, diejenige, so zur Glückseligkeit leitet. Das ist also nach Leibniz unser Weg zur Glückseligkeit. Wir sind empfänglich für Harmonisches, Schönes, Vollkommenes. Und so wie uns ein Werk einen Eindruck von seinem Urheber vermittelt, so vermittelt uns die Harmonie in der Welt einen Eindruck von ihrem Ursprung, vom Vollkommenen Selbst. Leibniz nennt dies Gott. Wir können die Erkenntnis des Vollkommenen gedanklich vertiefen, indem wir das harmonische Wechselspiel, das die Welt durchdringt, immer mehr erfassen. Unser Gemüt wird dann zusehends davon erfüllt, Freude breitet sich aus und wird mit der Zeit beständiger. Ist der Ordnungsgedanke und mit ihm der Versuch, das Leben tiefer zu verstehen, so altmodisch, dass er uns nichts mehr sagt? Keineswegs. Sogar bekennende Agnostiker können ihm heute noch etwas abgewinnen. So gesteht auch der Evolutionsbiologe Richard Dawkins, Autor des Buches Der Gotteswahn bezüglich der Religion. Den Versuch der Religion, ein tieferes Verständnis des Lebens zu finden, habe ich immer respektiert. Auch ich reagiere quasi religiös, wenn ich zu den Sternen aufsehe, zur Milchstraße und mir das Universum vorzustellen versuche. Das Gefühl, das ich dann empfinde, könnte man fast so etwas wie Anbetung nennen. Wir können also vom geordneten Kosmos ergriffen sein, ohne gottgläubig zu sein. Ob wir die Ordnung als Schöpfung erleben oder nicht, das Ergriffensein davon ist eine erhebende Gemütsregung, die Freude in unser Dasein bringt. Lassen sich diese Heerenregungen auch für den Alltag nutzbar machen? Was würde uns Leibniz nun empfehlen, wenn wir ihn fragen würden, wie wir ganz alltäglich betrachtet glücklich sein können? Er würde wahrscheinlich empfehlen, nicht nur dem Alltagsgeschäft nachzugehen. Wir sollten uns dagegen auch ganz gezielt mit Schönem befassen, was auch immer das für uns ist. Ganz allgemein werden nach Leibniz dadurch beglückende Regungen geweckt. Ein Beispiel könnte ein gut komponiertes Gedicht sein, wenn wir merken, wie Sprachrhythmus und Bilder zusammenstimmen. Oder der Zusammenklang eines mit großer Einigkeit spielenden Orchesters. Die Einigkeit in der Vielheit ist nichts anderes als die Übereinstimmung. Und weil eines zu diesem näher stimmet als zu jenem, so fließt daraus eine Ordnung, von welcher alle Schönheit herkommt. Und die Schönheit erwecket Liebe. Als sein Ende naht, Leibniz ist schon seit längerem von Gicht geplagt, lehnt er die letzten Sakramente ab. Er habe keinem ein Unrecht getan. Am Abend des 14. November 1716 stirbt er in seinem Haus in Hannover. Bei Hofe nimmt keiner Notiz, denn Leibniz hat zwei Jahre zuvor seine letzte Verehrerin verloren, die 1714 verstorbene Kurfürstin Sophie, die Mutter von Sophie Charlotte. Übrig geblieben ist nur das Interesse an der Welfengeschichte. Aber hätte Leibniz all das bekümmert? In einem Brief an Sophie Charlotte, die Person, die ihm am nächsten stand, formulierte er einmal seinen ehrenen Grundsatz. Für das öffentliche Wohl zu arbeiten, ohne mich zu sorgen, ob es mir jemand dankt. Ich glaube, dass man damit Gott nachahmt, der sich um das Wohl des Universums sorgt, egal, ob die Menschen es anerkennen oder nicht. Benutzt Leibniz gern das Beispiel vom Rauschen und Brausen des Meeres. Hervorgebracht wird es durch viele einzelne Wellen, doch diese vereinzelten Wellen kann man nicht heraushören. Gibt es sie überhaupt? Ja, denn... Von jedem Einzelgeräusch, so gering es auch sein mag, müssen wir doch irgendeine Perzeption haben, sonst hätte man auch von hunderttausend Wellen keine, da hunderttausend Nichtse zusammen auch kein Etwas ergeben könnten. So unmerklich die Regungen auch sind, es gibt sie. Wenn sie gar nicht wären, könnten sie im Gesamteindruck auch nicht zum Rauschen führen, so wie wir es erleben. Ein perzeptiver Zustand, der Gesamteindruck in einem bestimmten Moment, ist also charakterisiert durch eine Vielzahl von Regungen. Einige davon sind stark genug, um bewusst erlebt zu werden, die meisten hingegen sind sehr schwach, sie sind nicht bewusst erlebbar. Wenn man nun von einem Zustand in den nächsten übergeht, passiert dieser Übergang kontinuierlich. Jeder gegenwärtige Zustand einer einfachen Substanz ist von Natur aus eine Folge seines vorhergehenden Zustands. Dabei werden einige Regungen stärker und dadurch spürbar, einige nehmen an Stärke ab und sinken wieder unter das merkbare Niveau. Viele bleiben unbemerkt. Wird eine Regung spürbar, redet Leibniz von Entfaltung. Die schwache Regung ist zunächst eingefaltet, indem sie sich entfaltet, wird sie bewusst. Die Regungen entfalten sich, weil der Geist von selbst bestrebt ist, sich zu entfalten. Dieses selbsttätige Prinzip bewirkt, dass einem Gedanken in den Sinn kommen. Leibniz hält das, was ihm morgens in den Sinn kommt, fest. Er kann die Gedanken dann weiter ganz bewusst entfalten. Sie werden differenzierter und klarer. Worin sich die Individuen nun unterscheiden, das ist der Grad der Klarheit, mit der sie die Welt erleben. Tiere haben nach Leibniz, und darin ist er seinerzeit voraus, ein inneres Erleben. Sie können sich zum Beispiel an etwas erinnern. Wurde ein Hund einmal verprügelt und man zeigt ihm einen Stock, läuft er jaulend davon, so ein Beispiel von Leibniz. Auch das Erleben der Tiere drängt zur Entfaltung, aber sie können keine Symbole verwenden. Ein Papagei bringt Lautfolgen hervor, die wie Worte klingen, aber er kann keine eigenen Gedanken äußern. Genau das kann der Mensch und dadurch erreicht er ein differenzierteres Verständnis der Welt, in der er lebt. Doch auch wenn Tiere dieses Vermögen nicht haben, erleben sie, wenn man auch Beobachtungen anstellt. Das würden sie nie bestreiten. Auch Galilei hat ja Beobachtungen gemacht, die das Verständnis vertieft haben. Aber wir müssen das, was wir beobachten, also empirisch in Erfahrung bringen, auch erklären können. Was also ist der Unterschied zwischen einem Empiriker und einem Rationalisten? Erwartet man, dass morgen wieder ein Tag sein wird, weil es bisher immer so war, so handelt man als Empiriker. Allein der Astronom urteilt darüber vernunftgemäß. Denn der Astronom will den Zusammenhang der Einzelfälle verstehen. Ebenso versuchen Rationalisten durch ihre Philosophie das große Ganze zu verstehen. Sie beschränken sich nicht auf Einzelanalysen. Gesellschaftlich betrachtet befindet sich Europa in einer Zeit des Umbruchs. 1648, zwei Jahre nach Leibniz' Geburt, wurde durch den westfälischen Frieden ein Krieg beendet, der 30 Jahre lang in Europa gewütet hatte. Ein Ereignis, das Leibniz auch im Nachhinein stark geprägt haben muss und ihn auch darin bestärkt haben mag, das Leben an der Universität zugunsten der Politik und Diplomatie zu verlassen. Die Leibniz-Forscherin Hede Ishiguro vergleicht ihn mit Spinoza. Beide Denker haben einen Lehrstuhl abgelehnt. Doch ihre Beweggründe waren ganz unterschiedlich. Spinoza hatte die Befürchtung, dadurch seine geistige Unabhängigkeit zu verlieren. Leibniz hingegen wollte sich eine Position erarbeiten, die es ihm erlauben würde, seine Ideale und Bestrebungen in die Praxis umzusetzen. Er glaubte, dass die Moralphilosophie das Allgemeinwohl nur befördern könne durch Einfluss auf die Legislative und die Politik. Er glaubte nicht, dass die intellektuelle Redlichkeit notwendigerweise kompromittiert würde durch das Innehaben einer öffentlichen Position. und so wurde er Rechtsanwalt und Diplomat und strebte eine politische Karriere an. Eine seiner ersten diplomatischen Missionen führte ihn nach Frankreich, wo er Ludwig XIV. von seinen Angriffsplänen gegenüber Holland abbringen wollte. Wäre Ägypten nicht ein viel besseres Ziel? Ein strategischer Schlag gegen das damalige Osmanische Reich? Leibniz hatte mit diesem Vorschlag keinen Erfolg. Aber die Episode zeigt, wie sehr er darauf bedacht war, den Frieden innerhalb Europas zu wahren. Es folgten Jahre in Paris. Dort erfand er eine Rechenmaschine, mit der man nicht nur addieren und subtrahieren konnte, Staatsdame am königlichen Hof und Ängste vertraute der Königin. Auch sie bittet Leibniz, bald zu kommen. Denn die Königin hat hier keine lebende Seele, mit der sie Gespräche führen kann. Doch diese ihm so gewogene Gesprächspartnerin wird Leibniz bald verlieren. Die Königin stirbt am 1. Februar 1705 an einer Lungenentzündung, kurz nach ihrer Ankunft in Hannover, wo sie Karneval feiern wollte. Leibniz ist in Berlin, als ihn die erschütternde Nachricht erreicht. Für ihn, der selbst nie geheiratet hat, war sie die wahrscheinlich wichtigste Bezugsperson in seinem Leben. An Fräulein von Pöllniz schreibt er noch am gleichen Tag, Ich weine nicht, ich beklage mich nicht, aber ich weiß nicht, woran ich bin. Der Verlust der Königin erscheint mir wie ein Traum, aber wenn ich aus meiner Betäubung erwache, finde ich ihn nur zu wahr. Einen Monat später schreibt er an einen Bekannten, Obgleich die Vernunft mir sagt, dass Klagen vergeblich sind und dass man das Andenken der Königin von Preußen ehren soll, anstatt es zu beklagen, führt mir meine Einbildungskraft immer wieder diese Fürsten mit ihren Tugenden vor Augen und sagt mir, dass sie uns entrissen ist und dass ich eine der größten Freuden der Welt, die ich mir nach menschlichem Ermessen für mein ganzes Leben versprechen konnte, verloren habe. Doch auch dieser große Verlust kann letztlich seinen Glauben an die gute Fügung und die allem zugrunde liegende Harmonie nicht erschüttern. Die allem zugrunde liegende Harmonie, sie spiegelt sich, wie es eingangs angedeutet wurde, im Geist wieder. Vertiefen wir den Gedanken der Harmonie und folgen Leibniz zunächst in dem, was er über den Geist sagt. Jeder Geist ist nach Leibniz bestimmt durch aufeinanderfolgende Zustände des Gewahrseins. Leibniz nennt dies Perzeptionen. Die Zustände sind verbunden durch das Bestreben, von einem Zustand zum nächsten zu gelangen. Leibniz nennt dies den Appetitus. Es ist, wie wenn man durch eine Ausstellung wandert. Man steht vor einem Bild, hält inne, betrachtet es und geht dann weiter zum nächsten Bild. So auch unser inneres Erleben. Es gibt den Zustand des Gewahrseins, der dem Innehalten entspricht und die Bestrebung hin zum nächsten Zustand. Gewahrsein meint allerdings nicht, dass uns in einem Moment alles bewusst ist. Vielmehr gibt es nach Leibniz viele unmerkliche Regungen, derer wir uns nicht bewusst sind und zum größten Teil auch nie bewusst werden. Um die unmerklichen Regungen zu veranschaulichen, es war bereits mit der Maschine des Philosophen Blaise Pascal möglich. Mit der Maschine von Leibniz konnte man auch dividieren und multiplizieren. Doch seine wichtigste Erfindung dieser Zeit war, zunächst angeleitet durch den Mathematiker Christian Heugens, die Infinitesimalrechnung. Kann man mit infinitesimalkleinen, also unendlich klein werdenden Größen rechnen? Leibniz hat gezeigt, dass es dafür präzise Regeln gibt. Später würde er sich mit Newton um die wahre Urheberschaft streiten müssen. Schließlich begab er sich im Jahre 1676 in die Dienste von Herzog Johann von Braunschweig-Lüneburg nach Hannover, wo er dem Welfenhaus für den Rest seines Lebens verbunden bleiben sollte. Eine Geschichte dieses Herrscherhauses zu schreiben, das wurde eine lebenslange Beschäftigung für ihn, neben seinen zahllosen anderen Tätigkeiten. Knapp 20 Jahre nach Dienstantritt im Jahr 1695 schreibt Leibniz Es lässt sich nicht sagen, wie außerordentlich zerstreut ich bin. Ich suche Verschiedenes in den Archiven zu ermitteln, nehme alte Papiere vor Augen und suche ungedruckte Urkunden zusammen. Aus ihnen hoffe ich Licht für die braunschweigische Geschichte zu gewinnen. Briefe empfange und erwidre ich in großer Zahl. Ich habe aber zugleich so viel Neues in der Mathematik, so viele Gedanken in der Philosophie und die Kenntnis vieler anderer literarischer Neuigkeiten, welche ich nicht umkommen lassen möchte, dass ich oft nicht weiß, was ich zuerst tun soll. Die bekannteste Gesprächspartnerin des nun 50-jährigen Leibniz ist die gut 20 Jahre jüngere Herzogin Sophie Charlotte, die sich als seine Schülerin bezeichnet. 1701 wird sie die erste Königin von Preußen. Schon vorher befürwortet sie die Gründung einer Berliner Akademie der Wissenschaften und wirkt maßgeblich daran mit, dass Leibniz am 12. Juli 1700 ihr erster Präsident wird. Ein gemeinsamer Treffpunkt der beiden im Jahr 1702 war Schloss Lützenburg, das spätere Charlottenburg. Die Königin bittet Leibniz eindringlich, aus Hannover anzureisen. Ich sende Ihnen diese Zeilen und hoffe, dass Sie bereits auf dem Sprunge sind abzureisen. Ich erwarte Sie mit Ungeduld in Lützenburg, wohin ich zu Ostern gehe. Was Sie zu kommen zwingt, ist ein Werk der Nächstenliebe. Die Pöllnitz hat sich ein Buch gekauft, aus dem man Mathematik lernen kann, welche sie gern studieren will. Die Begriffe und ihre Bedeutung sind aber so schwierig, dass sie ganz schwindelig werden wird, wenn sie ihr nicht zu Hilfe kommen. Henriette Charlotte von Pöllnitz war die erste Stimme. Morgens, wenn ich noch im Bett liege, kommen mir in einer einzigen Stunde oft so viele Gedanken, dass ich den ganzen Vormittag, ja manchmal sogar den ganzen Tag, damit zubringe, sie aufzuschreiben. Wem schon morgens so viele Gedanken in den Sinn kommen, der hat einen lebhaften Geist. Und so war er auch ein besonders umtriebiger Vertreter seiner Zunft, der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz. Gedanken hervorzubringen ist, wie Leibniz oft betont, eine lustvolle Tätigkeit. Und sie erfolgt aus eigenem Antrieb. Heißt das, die Gedanken entstehen in einem inneren, von der Außenwelt abgeschlossenen Kosmos? Meint Leibniz das, wenn er sagt, der Geist habe keine Fenster? Nein, nach ihm befindet sich der selbsttätige Geist in vollkommener Harmonie mit seiner Umgebung. Es ist tatsächlich so, dass Gott die Seele oder jede andere Einheit so geschaffen hat, dass alles in ihr aus ihrem eigenen Grunde entsteht. Und doch in vollkommener Übereinstimmung mit den Dingen außer ihr. In vollkommener Übereinstimmung mit der Außenwelt befindet sich auch ein Spiegel. Er gibt seine Umgebung getreu wieder. Doch dabei dringt nichts von außen in ihn ein. Ein Spiegel hat in diesem Sinn keine Fenster. Ebenso wenig wie der Geist, den Leibniz als lebendigen Spiegel bezeichnet. Denn er ist von sich aus bestrebt, sich zu entfalten. Und das in Harmonie mit seiner Umgebung. Ja, sogar in Harmonie mit dem ganzen Kosmos. Weil nach Leibniz alles mit allem verbunden ist. Ist das mehr als nur visionär-spekulatives Gedankenspiel? Geboren in der Mitte des 17. Jahrhunderts, am 1. Juli 1646, gehört Leibniz in eine Zeit, in der die Erkundung der Natur im Aufschwung ist. Teleskop und Mikroskop treiben die Entzifferung der Welt im Großen wie im Kleinen voran. Galileo Galilei hatte Anfang des Jahrhunderts durch seine Beobachtungen die sonnenzentrierte Kosmologie bestätigt und war damit in die Fänge der päpstlichen Inquisition geraten. Die Philosophen dieser Zeit hätten mit Galilei kein Problem gehabt. Wichtig ist doch, dass die Welt vernünftig, rational eingerichtet ist. Und genau das wird durch Galileis Beobachtungen bestätigt. Weil diese Philosophen, namentlich Descartes, Spinoza und Leibniz, die Vernunft, die Ratio so ins Zentrum stellen, wird das 17. Jahrhundert auch als Zeit des Rationalismus bezeichnet. Erklären diese Denker also die Welt allein aus der Vernunft? Versteht man die Welt nicht erst, aber für eine andere 260-2007-2007-2007-2008. Ich will an der Vernunft,